Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 70. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 202847 zu Drucksache 202791. Das ist das Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und weitere Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Berichterstattung macht der Kollege May. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen AfD bei Stimmenthaltung von SPD, Freien Demokraten und DIE LINKE. Vielen Dank, Herr Kollege May. Ich darf damit die Aussprache eröffnen und darf das Wort an den Kollegen Armin Schwarz für die Fraktion der CDU geben. Wir haben vereinbart, eine Redezeit von siebeneinhalb Minuten. Was heißt vereinbart? Es ist eine zweite Lesung. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Die Corona-Krise hat unser Land seit spätestens Mitte März fest im Griff. Sie hat massive Auswirkungen auf unseren Alltag, sie hat massive Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Die Hessische Landesregierung hat direkt bei Ausbruch der Pandemie unverzüglich und planvoll gehandelt. Deswegen danke ich sehr dafür, dass sowohl der Plan gut war und gut ist, dass genau das Ergebnis mit sich bringt, dass wir heute so gut dastehen, wie wir dastehen, aber auch dank an die Bevölkerung, die sich den Spielregeln in bester Art und Weise angenommen haben. Zum Schluss ist es ein Gemeinschaftserfolg, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir müssen sehr genau darauf achten, dass wir in diesem Zusammenhang sehr genau hinschauen. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie betrifft alle Bereiche und so auch die schulischen Bereiche und bringt natürlich massive Abweichungen vom Regelbetrieb mit sich. Wir konnten bisher die Schulschließung am 16. März von allen 1850 jessischen Schulen, aber dann auch die schrittweise Wiedereröffnung, der nächste Schritt wird am kommenden Dienstag nach Pfingsten gegangen werden, mit den Verordnungen, aber natürlich auch mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz bewerkstelligen. Allerdings braucht es für die schulische Praxis Gesetze, und deswegen haben die regierungstragenden Fraktionen am Dienstag dieser Woche einen Gesetzentwurf zur Anpassung des hessischen Schulgesetzes zwecks der Bekämpfung der Corona-Pandemie, der Corona-Krise eingebracht. Das ist mein Eindruck, meine Damen und Herren. Im Kern ist sich das Voraus über die Notwendigkeit dieses Gesetzes einig. Ich sage jetzt einmal mit dem Augenzwinger, ich war etwas überrascht darüber, mit welcher Robustheit ein Schlagabtausch am Dienstag stattgefunden hat. Nach einigen Beratungen im Kulturpolitischen Ausschuss haben meines Erachtens alle Fraktionen anerkannt, dass Schulen und Eltern Planungssicherheit brauchen und das Ganze nicht nur brauchen, sondern auch Anspruch darauf haben. Meine Damen und Herren, ebenso haben alle Fraktionen anerkannt, dass die Rechtsklarheit auch zeitnah kommen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache überhaupt keinen Hehl daraus. Ja, ich hätte mir gewünscht, die Rechtsklarheit heute nach zweiter Lesung herbeizuführen. Das wäre schön gewesen, denn wir haben nach wie vor eine pandemische Situation in diesem Land. Ich habe auch, ehrlich gesagt, keine wirklichen kritischen Stimmen über die Inhalte des Gesetzentwurfs wahrnehmen können. In der Sache gibt es keine Kritik, höchstens bei der Geschwindigkeit. Ich will nur darauf hinweisen, dass es Recht auf eine dritte Lesung gibt, und die ziehen wir auch durch. Das ist selbstverständlich. Aber das hat natürlich zur Folge, dass wir die Rechtssicherheit jetzt erst am 16.06., so ist die Verabredung mit der dritten Lesung, auch herbeiführen. Insofern, Herr Kollege Degen, wenn Sie mal sagen, das muss alles viel früher geschehen, passt das nicht so ganz zu Ihren selbst gesetzten Ansprüchen und Forderungen. Schauen wir genau hin. Welche Regelungsbereiche betrifft es denn? Ich frage Sie ganz im Ernst, gibt es denn Zweifel daran, dass es notwendig ist – ich betone immer die befristete Situation – ein befristetes Gesetz, dass Gremiensitzungen in digitaler Form durchgeführt werden können? Gibt es Zweifel darüber, dass Notenkonferenzen in digitaler Form durchgeführt werden und dann auch Rechtssicherheit und Rechtsgültigkeit über die Feststellung der Noten hat? Gibt es ernsthafte Zweifel darüber, dass Prüfungsfragen – Stichwort Gruppengrößen – einen Rechtsrahmen brauchen? Gibt es, Herr Kollege Degen, irgendwelche Zweifel darüber, dass die Praktika als Zulassungs- und Versetzungskriterien rechtlich abgesichert werden müssen? Gibt es Zweifel darüber, dass wir Regelungsbedarf beim Präsenzunterricht im Abgleich zur verlässlichen Schulzeit haben? Gibt es ernsthafte Zweifel darüber, dass unterrichtsersetzende Lernsituationen, die wir jetzt neu haben – alle neu – auch einen rechtlichen Hintergrund brauchen? Oder beispielsweise selbstverständlich auch die Durchführung von Elternhabenden bzw. die Briefwahl bei den Elternbeiratswahlen auch Rechtskraft hat? Abschließend kann ich auch noch sagen, gibt es Zweifel darüber, dass die Ausbildung der Lehrer im Fortbereitungsdienst, die jetzt zwangsläufig keine Praktika an den Schulen durchführen konnten, nicht die Zulassung zum nächsten Ausbildungsabschnitt bekommen? Ich glaube, darüber ist doch ein hohes Maß an Einigkeit. In diesem Haus und bei allen Fraktionen habe ich das auch im Ausschuss verstanden. Bei diesen anderen gibt es auch nicht den Anspruch auf eine dauerhafte Lösung, sondern sie sind vorübergehend, zeitlich befristet und sind schlicht und ergreifend einer Anpassung an die schlichten Notwendigkeiten der Corona-Pandemie und der Corona-Krise geschuldet. Die Befristung endet am 31. März nächsten Jahres. Das ist auch kein zufälliges Datum, das wir einfach so gegriffen haben, sondern am 31. März ist der Tag, an dem über die Aufnahme zur 1. Klasse entschieden werden muss für das kommende Schuljahr, an dem über die Vorlaufkurse entschieden werden muss oder wo auch die Sprachstandserhebung vollzogen wird. Das ist also alles Planungssicherheit. Jetzt einmal ganz im Ernst. Werte Kolleginnen und Kollegen, so wie die Debatte zwischenzeitlich lief, war der Eindruck, dass jede Menge Verbände jetzt Forderungen haben und sagen, ihr müsst jetzt einmal hin und näher. Das einzige Schreiben, das mich erreicht hat, ist von der GEW. Das passiert, das ist auch in Ordnung. Aber ansonsten kam da nichts. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, nach Rücksprachen, die ich gehalten habe, dass es ein hohes Maß an Zustimmung bei der schlichten Notwendigkeit gibt. Denn es hat auch nichts mit dem Politikum, ein bisschen linke Schulpolitik, ein bisschen bürgerliche oder was auch immer mit Schulpolitik zu tun, sondern es ist schlichte Notwendigkeit. Natürlich hieß das noch einmal. Wir machen natürlich eine ordentliche Anhörung. Da haben wir uns auch einen Termin gesetzt. Wir sind fleißige Bildungspolitiker und nutzen den Brückentag nach Fronleichnam. Da kommen wir alle hier zusammen und werten dann aus. Da freue ich mich schon sehr darauf. Dann werden wir am 16. Juni in dritter Lesung das Gesetz beschließen. Ich will schon einmal eine Aussicht stellen, damit die Schulleitungen, die Eltern und die Schüler auch sicher planen können. Ich bin mir sicher, dass das, was als Gesetzentwurf hier ist, im Rahmen und in wesentlichen Eckdaten dann auch Beschluss und Mehrheit finden wird. Das Ganze ist rückwirkend, zwangsläufig, nämlich ab dem 27. April. wird auf den Weg gebracht werden. Also, Strich darunter, auf uns ist Verlass in guten, in schwierigen und in Krisenzeiten. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig auf die Anhörung und natürlich auf die dritte Lesung. Ich bedanke mich wiederum bei allen Eltern, bei allen Kolleginnen und Kollegen, die in diesen herausfordernden Tagen die Bildung in Hessen gewährleisten. Bleiben Sie alle schön gesund und einen fröhlichen Abend. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. – Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Scholz. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Als die Landesregierung nach der ersten Lesung ihres Gesetzentwurfs am Dienstagabend den ersten Änderungsantrag einbrachte, keimte in meiner Fraktion so etwas wie Hoffnung auf. Eine Hoffnung dahingehend, dass die eine oder andere kritische Anmerkung der Opposition doch noch zu einer späten Einsicht auf der Seite der Regierungskoalition geführt haben könnte. Jedoch alles Hoffen war vergeblich. Bis auf eine marginale inhaltliche Abänderung handelte es sich um redaktionelle Korrekturen von Unzulänglichkeiten, welche sich nun einmal häufen, wenn ein Mantelgesetz im Hauruckverfahren konzipiert wird. Ist Ihnen dieses unfreiwillige Eingeständnis mangelnder handwerklicher Sorgfalt eigentlich nicht peinlich? Verehrte Landesregierung, in ähnlich hektischer Art und Weise beabsichtigte die Landesregierung ihren Gesetzentwurf am liebsten noch heute und möglichst ohne eine kontroverse Debatte darüber führen zu müssen, nach Gutsherrenart durchwinken zu können. Die Beschlussfassung des KPA zur Durchführung einer kurzfristig terminierten schriftlichen Anhörung sowie der dritten Lesung der Novellierung im Rahmen des Juniplenums lässt uns hingegen wieder ein wenig hoffen. Wir möchten an dieser Stelle unserer Erwartung Ausdruck verleihen, dass das Kultusministerium dieses Mal die Expertise ausgewiesener Wissenschaftler in die relevanten Prozesse und Entscheidungen einfließen lassen möge. Dieses täte Ihrer Gesetzesnovelle unseres Erachtens sehr gut. Verehrter Herr Kultusminister, ich möchte den vielen Lehrerkollegen und Schulleitern, die Unermessliches in den letzten Wochen und Monaten leisteten, die den Motor Schule am Laufen hielten, obwohl sie nachweislich in den entscheidenden Momenten von den zuständigen Behörden und von Ihnen, Herr Prof. Lorz, allein gelassen wurden, ein großes Lob aussprechen. Von den Schulöffnungen haben viele schulische Akteure erst aus der Presse erfahren, die unlängst seitens des GEW-Vorsitzenden der Region Offenbach-Land verlautbart wurde. Mehr noch, ich spreche von den Elternvertretungen der Kreise sowie der Landeselternvertretungen, welche im Vorfeld von Ihrem Hause nicht über die hier behandelten Gesetzesnovellierungen unterrichtet wurden, Herr Kultusminister. Meine Damen und Herren Abgeordnete, gestern wurde allen Fraktionen das von tiefer Bestürzung und Enttäuschung getragene Schreiben des Vorsitzenden des Kreiselternbeirates des Landkreises Darmstadt-Dieburg elektronisch zugestellt, worin dieser die Berücksichtigung des verfassungsrechtlich garantierten Mitbestimmungsrechts der Eltern anmahnt, welches unter anderem in der Berücksichtigung seiner Interessenvertretung im Verfahren der Erstellung des Gesetzesentwurfs zum Ausdruck komme. Gemäß der Bestimmung des § 118 Hessischen Schulgesetz bestehe darüber hinaus sogar Zustimmungspflicht. Lassen Sie mich aus diesem Schreiben zitieren. Wir Elternvertreter üben unsere ehrenamtliche Tätigkeit seit Wochen in einem Umfang aus, der von Ihnen nicht ermessen werden kann. Seit Monaten werden wir auf allen Ebenen weitestgehend einfach übergangen. Das gesetzliche Mitbestimmungsrecht der Eltern als Beteiligung der Interessenvertretung einer der am meisten von der Corona-Krise betroffenen Gruppe in dieser Republik wird schlichtweg insbesondere von der Hessischen Landesregierung ignoriert. Weiter dort zu lesen, was mir persönlich Angst macht, ist, dass Recht und Gesetz bezüglich des Bildungssektors anscheinend keine Rolle mehr spielen. Die Demokratie lebt von Beteiligung. Diese Beteiligung ist im Schulbereich gesetzlich geregelt. Die Regierung des Landes Hessen hat diesen Weg verlassen. Das werden wir nicht hinnehmen. Angesichts dieser Ausführungen dürfte sich Ihre Behauptung, sehr geehrter Herr Kultusminister, wonach das Mitbestimmungsrecht der Eltern ein hohes Gut sei für die Betroffenen sowie ihre gewählten Interessenvertreter wie eine schallende Ohrfeige anfühlen. Sehr geehrte Eltern und Elternvertreter, die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag würdigt Ihren großartigen Einsatz in diesen schwierigen Wochen und Monaten und garantiert Ihnen hierbei jedwede Unterstützung. Meine Damen und Herren, es ist nicht einfach, jedoch zwingend erforderlich, von dieser Stelle den Bogen wieder zurück zum Inhalt der Gesetzesnovelle zu spannen. Lassen Sie mich demgemäß auf eine Ausführung in meiner Rede zur ersten Lesung hinweisen, die von Ihnen, Herr Kultusminister, aus welchen Motiven heraus auch immer in Ihrem Plenarbeitrag nicht aufgegriffen wurde. Ja, dieses möchte ich an dieser Stelle auch nicht weiter kommentieren. Vermutlich teilen Sie mit mir jedoch die Sinnhaftigkeit der Handlungsempfehlungen, wonach die Ergreifung von Maßnahmen, welche die Gefährdung der Entwicklungs- und Zukunftschancen unserer Kinder begünstigen, unbedingt verhindert werden müssen. Konkret geht es hierbei um die Aussetzung der schulärztlichen Untersuchungen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens für die Jahre 2020 und 2021. Ich gebe hiermit nochmals zur Kenntnis, meine Damen und Herren, Fehler, die an dieser entscheidenden Schnittstelle begangen werden, können ein Kind in seiner kognitiven und sozialemotionalen Entwicklung irreversibel schädigen. Geschätzte Vertreter des Kultusministeriums, übernehmen Sie die Verantwortung dafür, dass ein Kind eingeschult und danach wieder festgestellt wird, dass es den Anforderungen des Unterrichts überhaupt nicht gewachsen ist? Wollen Sie die Verantwortung dafür übernehmen? Was darauf folgt, wird das Kind, seine Lehrer und Eltern eine Kette aus Frustraktionserlebnissen sein. Stets betonen Sie, dass Ihnen gerade die Sprachentwicklung unserer Kinder im Herzen liege. Demgemäß beabsichtigen Sie, den sogenannten Vorlaufkursen verpflichtenden Charakter zu verleihen, um die Quote von ca. 5 % deren Eltern sich gegenwärtig noch ablehnend gegenüber den für ihre Kinder empfohlenen Sprachkursen verhalten, ihre Worte gebrauchend ins Boot zu holen. Das ist für mich eine merkwürdige Logik. Es werden also zwei Jahre lang keine Sprachkurse mehr angeboten werden müssen, da es keine Kinder mehr geben kann, deren Sprachdefizite im Rahmen einer schulärztlichen Untersuchung festgestellt werden könnten. Somit ergibt sich dann auch kein Bedarf für zusätzliche Lehrer zur Durchführung der Sprachkurse. Meine Prognose? In drei Jahren werden Sie feststellen können, dass keine 25 % der Erstklässler über nicht ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, sondern 40 % oder mehr. Hier besteht offenbar ein dringender Klärungsbedarf. Herr Kollege Scholz, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Anders? Nein. Mein Appell an Sie lautet, gewährleisten Sie weiterhin die vollumfängliche Durchführung der wichtigen gesetzlich normierten schulärztlichen Untersuchungen. Zum Abschluss halte ich noch eine Bitte sowie eine Empfehlung für Sie bereit. Zur Bitte. In meiner Plenarrede zur ersten Lesung zur Drucksache 202788 hatte ich den Herrn Kultusminister angesichts rechtlicher Einwände gegen die obligatorische Einführung von Sprachkursen vor Beginn der Schulpflicht im Jahr 2002 nach einem im Vorfeld des Gesetzentwurfs erstellten verfassungsrechtlichen Gutachten gefragt. Über Ihre geschätzte Antwort hierauf würde mich weiterhin sehr freuen, Herr Minister. Zur Empfehlung und Anregungen zur inhaltlichen Schärfung Ihrer Gesetzesnovellierung können Sie neben den Stellungnahmen zur schriftlichen Anhörung auch den Ausführungen unseres Antrags nebst vorliegender Aktualisierung über die Beschulung in Hessen unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes entnehmen. Diesen haben wir bereits schon sehr früh am 9. April 2020 eingereicht. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. Ich bedanke mich recht herzlich. Herzlichen Dank, Herr Scholz. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Abg. Christoph Degen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine Damen und Herren, ich will zunächst feststellen, dass wir hier in der zweiten Lesung das Schulgesetz zum Thema Corona und dessen Folgen sind. Ich sollte mich nicht zum Thema Vorlaufkurse nicht geirrt haben, dass danach den Sommerferien vermutlich machen und nicht heute. Meine Damen und Herren, wir Sozialdemokraten würden uns ebenfalls wünschen, dass wir heute den Schulen Rechtssicherheit geben könnten. Über die Maßnahmen, die bereits vom Kultusminister angekündigt wurden, insbesondere zur Frage, ob es einfach die Chance gibt oder die Möglichkeit, zum Ende des Schuljahres auf das Sitzenbleiben und auf Wiederholungen zu verzichten bzw. diese nur durchzuführen, wenn Eltern das ausdrücklich wollen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir diese Sicherheit heute geben könnten. Meine Damen und Herren, als der Kultusminister vor etwa zehn Wochen – wir haben uns damals regelmäßig ausgetauscht – angekündigt hat, dass es eine Schulgesetznovelle voraussichtlich geben würde, bin ich davon ausgegangen, dass entsprechend auch schon daran gearbeitet wird, und dass man möglicherweise auch auf die Opposition zukommen würde, um eben zu klären, wie man das zeitnah auf den Weg bringen kann. Nach acht Wochen, also vor zwei Wochen, haben wir im Ausschuss nachgefragt, wie der Stand ist, womit können wir rechnen, was dringend geändert werden muss und wann kommt es. Wir wurden lapidar damit abgekanzelt, dass die Aussage kam, es sollte vor den Sommerferien in Kraft treten. Meine Damen und Herren, so geht man nicht mit der Opposition um, wenn man sie wirklich einbinden will. Eine Woche danach – interessanterweise, wie das den Schulen schon so oft geht – vor einem langen Wochenende erreicht uns die Vorlage mit rund 200 Änderungspunkten. Das war dann schon ein ganzes Stück Arbeit da, das alles nachzuvollziehen. Wie auch immer, ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Auch wenn ich mir alle 22 Verordnungen und drei Schulgesetze gezogen habe und versucht habe, das alles nachzuvollziehen, dass da wirklich alles geregelt wird, was geregelt werden muss, meine Damen und Herren. Dazu, glaube ich, gibt es genug Anhaltspunkte, dass es durchaus noch Fehler im Gesetz gibt, die auch über die bisherige Änderungsvorlage hinausgehen. Ich will noch einmal sagen, der stellvertretende Ministerpräsident hat heute Morgen bedauert, dass wir hier im Haus wieder auf dem üblichen Niveau angekommen seien. Ja, meine Damen und Herren. Das bedauere ich ebenso, weil ich glaube, bei so einer Sache, bei der wir gar nicht so weit auseinanderliegen, was die Corona-bedingten Änderungsnotwendigkeiten angeht, hätten wir anders miteinander umgehen können und heute dann eben auch dieses Gesetz schon zu machen. Leider ist das nicht der Fall. Ich will auch ausdrücklich sagen, dass wir Sozialdemokraten im Kulturpolitischen Ausschuss am Dienstag angeboten haben und eine Brücke gebaut haben, dass, wenn die Fachleute, das Ministerium, das das Gesetz gar nicht eingebracht hat, sondern die Koalition darlegen kann, dass es zwingend erforderlich ist, dass heute dieses Gesetz verabschiedet wird, dann hätten wir auch einen Weg gefunden. Notfalls hätten wir möglicherweise einige Punkte herausgezogen. Die Antwort aber, Herr Kultusminister, korrigieren Sie mich, war, es wäre schön, wenn es heute in Kraft tritt, aber es ist auch möglich, wenn es am 16. Juni eben erst der Fall ist. Es wird ja ohnehin zurückgehen. Ich glaube, da vertraue ich auch auf Ihre Möglichkeit, mit den Schulen zu kommunizieren, dass man durchaus schon in Aussicht stellen kann, mit was die Schulen rechnen können. Dementsprechend glaube ich, ist es vertretbar, wenn es noch eine Anhörung geben wird und dann eine dritte Lesung am 16. Juni, meine Damen und Herren. Das ist mir nicht nur wichtig, damit wir als Parlament eine Chance haben, auch die vorgelegten Änderungen wirklich verantwortungsbewusst nachzuvollziehen und nicht einfach am Ende nur im guten Glauben, sondern es ist auch eine Chance, wirklich Vertrauen wiederherzustellen. Die Elternvertretungen wurden genannt. Es sind 22 Verordnungen getroffen. Eigentlich hätte der Landeselternbeirat immer die Möglichkeit, bei Verordnungsänderungen beteiligt zu werden. Das wird umgangen, und das noch einmal wirklich, ohne ihn zu informieren. Deswegen glaube ich, dass es Vertrauen wieder schaffen kann, dass die beteiligten Verbände und Gruppierungen noch einmal eine Stellungnahme abgeben können, auch zu dem möglicherweise, was eben noch nicht geregelt ist. Meine Damen und Herren, weil möglicherweise doch noch das eine oder andere hier bedacht werden müsste. Das kann man niemandem vorwerfen in solch einer kurzfristigen, umfassenden Änderung. Herr Kultus-Minister, Sie haben selbst gesagt, die größte umfassende Gesetzesvorlage, die Sie hier im Haus bisher vertreten haben, ist es angemessen, wenn es einfach möglich ist, noch bis zum 16. Juni zu warten. Somit bin ich sehr gespannt auf das, was da noch kommen wird. Ich bin auch gerne bereit, dazu an einem Brückentag ins Haus zu kommen. Das sollte, glaube ich, bei so einer wichtigen Angelegenheit kein Problem für uns sein. Zum Schluss will ich meine Redezeit heute noch gar nicht ausschöpfen. Das nächste Mal, wenn etwas wirklich Zeitnot hat, kommen Sie einfach auf uns zu. Es ist kein Weltuntergang, auch einmal mit der Opposition zu sprechen und sie einzubeziehen, gar nicht in jedem Detail, aber vielleicht die Knackpunkte zu sagen, was man vorhat, und den Zeitplan miteinander zu besprechen. Dann kann das künftig auch ganz einfacher gehen. In diesem Sinne hoffe ich, dass das Ganze jetzt wieder auf richtigen Bahnen läuft, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Dege. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Elisabeth Kula für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich mit einer Aussage von Herrn Lorz beginnen, die Sie im Rahmen der ersten Lesung getätigt haben. Sie haben so etwas in die Richtung gesagt, die Opposition würde so tun, als gäbe es aktuell keine Pandemie. Das möchte ich wirklich mit allem, was ich habe, zurückweisen. Sie wissen ganz genau, alle Oppositionsfraktionen haben in den letzten Monaten den Kurs, die Schulen auch zu schließen, mitgetragen. Aber jetzt geht es eben darum, wie die konkreten Maßnahmen dann in der Schule auch umgesetzt werden und wie die kommuniziert werden. Da ist Ihre Politik nicht alternativlos, auch wenn Sie das immer gerne so darstellen. Wir haben eben die Situation – das haben wir heute und diese Woche schon oft besprochen –, dass Eltern und vor allen Dingen Mütter aktuell vor sehr großen Problemen stehen. Sie haben einen Großteil des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens wieder hochgefahren und geöffnet als Landesregierung und haben sich eben nicht die Frage gestellt, was passiert denn eigentlich mit den Kindern in der Kita und in der Schule, wenn die Eltern wieder arbeiten müssen? Das haben Sie einfach auf die falsche Bahn gebracht. Jetzt ist es doch an Ihnen, die Interessen von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern ernst zu nehmen und abzuwägen. Denn aktuell haben wir doch das Problem, dass vor Ort die Lehrkräfte und die Eltern jetzt in ihren Interessen gegeneinander ausgespielt werden. Wir haben das berechtigte Interesse von Eltern, dass sie ihre Kinder in eine Betreuungs- und Bildungseinrichtung geben wollen. Wir haben aber auch das berechtigte Interesse von den Lehrkräften, vor allen Dingen wegen der Mangelsituation an hessischen Schulen, dass sie um ihre Gesundheit bangen. Diese Interessen werden jetzt vor Ort gegeneinander clashen. Das hat man jetzt schon an vielen Orten gesehen. Da wäre es Aufgabe der Landesregierung, eine Politik zu betreiben, diese Interessen in die Politik einzubinden und abzuwägen, anstatt diese aus ihren Gesetzesvorhaben komplett auszuschließen, wie sie das gemacht haben. Vor allen Dingen ist doch die Frage, wie können Sie jetzt so einen Gesetzentwurf schreiben, der einen Charakter hat. Sie sagen immer, das muss jetzt so schnell passieren, damit die Schulen Rechtssicherheit haben. Das stimmt. Allerdings ist dieser Gesetzentwurf doch deutlich weitreichender als nur für den Rest des Schuljahres. Es geht ja auch sozusagen in das nächste Schuljahr hinein. Dafür ist aber der Gesetzentwurf dann deutlich zu wenig. Das, was Herr Schwarz angesprochen hat, die Frage nach dem Lernen zu Hause kommt doch so gut wie überhaupt nicht vor. Sie haben dafür dann doch deutlich zu wenig vorgelegt. Es wäre möglich gewesen, ein anständiges Gesetzesvorhaben vor der Sommerpause zu initiieren, jetzt noch davor mit einem kleinen Gesetz zu ändern, was unbedingt notwendig ist, und dann in einem anständigen Anhörungsverfahren, Beteiligungsverfahren, den Rest für das nächste Schuljahr zu ändern. Das haben Sie aber eben nicht gemacht, und das kritisieren wir. Ich will noch einmal kurz darauf zurückkommen, was wir auch in der letzten Lesung besprochen haben, nämlich das Thema Digitalisierung. Herr Schwarz, Sie haben das von dem Kollegen Kaffenberger schon vorgehalten bekommen. Es gibt erhebliche Probleme und Konstruktionsfehler bei Ihrem Vorhaben, jetzt digitale Endgeräte an bedürftige Schülerinnen und Schüler weiterzuleiten. Das würde ich Ihnen gerne einmal erklären. Wir haben in Hessen eben keinerlei Bedarfsermittlung. Das Hessische Kultusministerium weiß überhaupt nicht, welche Schülerinnen und Schüler jetzt einen Bedarf an einem digitalen Endgerät haben. Das ist auch das Problem am Digitalpakt. Da geht es nicht darum, dass wir einmal in Hessen schauen, wo es eigentlich Bedarf an welcher digitalen Weiterentwicklung von Schulen ist, sondern es geht darum, dass Schulträger selbst gucken und selbst Anträge stellen sollen. Das führt jetzt dazu, dass sich die hessische Kultuspolitik danach ausrichtet, welches Google-Sucheergebnis bei Herrn Schwarz auftaucht. Da kommt dann eben eine fiktive Summe von 5 Millionen € an Bedarf. Das ist ein gutes Stichwort, Frau Kollegin Kollegin Schwarz. Herr Schwarz würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich kann vielleicht später noch etwas sagen, aber ich fahre jetzt erst einmal fort. Herr Schwarz, das ist aber nicht der konkrete Bedarf, den es wirklich gibt. Was ich auch noch einmal sagen will, Herr Schwarz, der Bedarf ist nicht nur bei Transferleistungsbezieherinnen und Transferleistungsbeziehern da, was jetzt so ein bisschen so aussieht, als ginge das in die Richtung. Wir haben von Ihnen noch kein konkretes Konzept gesehen. Da fallen aber auch wieder viele Kinder hinten runter, also Familien mit vielen Kindern, die aber eben nicht in der Transferleistungsbezieher Leistungsbezug sind, sind dann wieder ausgeschlossen von den digitalen Endgeräten. Wie sollen diese Gelder eigentlich überhaupt verteilt werden? Ich frage mich jetzt wirklich, wie sollen diese Gelder an Schülerinnen und Schüler dann ankommen? Sollen Kinder aus Hartz-IV-Familien beispielsweise mit einem Schein vom Amt dann in die Schule gehen, um sich dann das Hartz-IV-Tablet abzuholen, damit zukünftig in der Schule auch wirklich jeder weiß, welches Kind arm ist? Eine solche Lösung ist wirklich abzulehnen. Nein, was es wirklich braucht, ist eine Landesregierung, die begreift, dass digitale Endgeräte als Lernmittel zu gelten haben und dass allen Schülerinnen und Schülern zumindest im Bedarfsfall ein Leihgerät zur Verfügung gestellt werden muss. Ich würde gerne mit einem Zitat von Alexander Bändler enden, der in dem Magazin Jacobin gesagt hat zur Verurteilung von den Corona-Demos, die wir hier auch in Ihrem Antrag wiedergefunden haben, den Sie gestern eingereicht haben. Es ist typisch für die Doppelzünglichkeit des Bildungsbürgertums, sich einerseits über die Bildungsferne anderer Schichten zu beschweren, andererseits aber ein Schulsystem zu verteidigen, das diese Bildungsferne immer wieder herstellt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kula. – Nächster Redner. Oh, der Kollege Schwarz hat eine Kurzintervention. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kollegin Kula, Sie provozieren dann doch immer wieder so eine Kurzintervention, nur noch einmal für Sie zu mitschreiben. Es stehen nicht 5 Millionen € für die Anschaffung digitaler Endgeräte zur Verfügung, sondern in Kombination mit dem Digitalpakt in Summe 140 Millionen €, damit es nur noch einmal im Protokoll steht. Deswegen das einmal vorneweg. Punkt 2. Je nachdem, wie die Ausschreibungen laufen, kommen wir auf einen Wert von 400 € bei den Endgeräten. Die Ausschreibungen müssen auf den Weg gebracht werden. Im Übrigen ist das kein hessisches Problem. Die Bund-Länder-Verhandlungen haben gedauert. Kurz und klein, das Geld muss dann auch geliefert werden. Jetzt tun Sie doch bitte nicht so, als würden Sie hier in Hessen eine andere Situation, was die Endgeräte betrifft, vorfinden als andernorts. Das entspricht doch schlicht und ergreifend nicht den Tatsachen, meine Damen und Herren. Das ist nur einmal erklärt. Ein zweiter Punkt. Ich weiß nicht, auf welchem Stern Sie leben. Aber auf jeden Fall haben Sie im Bereich der Sozialgesetzgebung vergleichsweise wenig Einblick in dieses Leben gehabt. So etwas wie Sozialämter, die bei den Landkreisen verortet sind, das ist Ihnen sicherlich bekannt, werden sicherlich auch eine gewisse Rolle spielen, wenn es darum geht, bei der Bedürflichkeit hinzuschauen. Ich vergewissere Ihnen von diesem Pult aus, es wird auf keinem iPad, es wird auf keinem Endgerät, irgendwo auf Hartz IV stehen, sondern wir machen eine kluge Lösung, es gibt einen Pool, so ist zumindest unsere Idee, und die Schulen können sich dieses Pools bedienen und dementsprechend die bedürftigen Kinder und die bedürftigen Jugendlichen damit bedienen. Alles andere macht doch schlicht gar keinen Sinn. Das ist eine zentralisierte Lösung, aber das ist Ihr zentralistisches Denken, und so funktioniert die Lebenswirklichkeit nicht, so funktioniert auch keine Schulpraxis, und deswegen räumen wir uns und sind dann auch weg. – Vielen Dank. – Danke schön, Kollege Schwarz. – Frau Kohler, wollen Sie antworten? – Nein, Sie verzichten. – Dann ist der nächste Redner für die Fraktion die Freien Demokraten, der Abg. Promny. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Debatten der vergangenen Wochen, aber auch die Debatte jetzt im Plenum hat gezeigt, eines besonders deutlich gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die Lehrkräfte und die Schulleitungen allesamt waren und sind enormen Belastungen ausgesetzt. Sie brauchen unsere Unterstützung. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90% des Hessischen Schulgesetzes – Eine Anpassung des Hessischen Schulgesetzes ist notwendig, um den veränderten Schulbetrieb auch meistern zu können. Genau deshalb brauchen wir auch eine schriftliche Anhörung, um die Betroffenen, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, die Schulleitungen und die Eltern auch entsprechend dabei angemessen zu beteiligen. Meine Damen und Herren, die Anhörung am Dienstagabend bzw. die Ausschusssitzung am Dienstagabend hat gezeigt, dass der vorliegende Gesetzentwurf mit heißer Nadel gestrickt ist. Wenn nichts ein besserer Beweis dafür wäre, dann ist es doch immerhin der Änderungsantrag von CDU und GRÜNEN mit immerhin gut 50 Änderungen. Das sind ja nicht nur redaktionelle Anpassungen, die hier ausgebügelt werden. Nein, es fehlten auch Regelungen zur freiwilligen Wiederholung für berufliche Vollzeitschulen. Das ist mehr als nur ein Schönheitsfehler, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90% des Hessischen Schulgesetzes Das muss die Chance gegeben werden, sich hinsichtlich der Änderungen einzubringen. Sie müssen hier ihre Erfahrungen aus der Praxis einbringen können. Ich will es noch einmal betonen. Die Schulen sind seit Mitte März zu. Kollege Schwarz hat darauf hingewiesen, seit Mitte März. Man hatte vor Ostern irgendwie den Eindruck, dass man nicht auf dem Schirm hat, dass es auch eine Zeit nach Ostern geben könnte. Dabei war doch klar, dass die meisten Anpassungen kommen müssen. Jetzt zu glauben, die verlorene Zeit könne dadurch wettgemacht werden, dass man hier im Schnelldurchgang ein Gesetz durch das Plenum peitscht, da erliegt man einem Irrtum, meine Damen und Herren. Dieser Gesetzentwurf ist an einigen Punkten fehlerhaft und lässt Fragen offen. Das will ich auch noch einmal ausdrücklich sagen. Das ist bewusst keine Kritik an der Kultusverwaltung. Sie mussten das Gesetz mit heißer Nadel stricken. Aber gerade das macht doch auch eine schriftliche Anhörung notwendiger denn je. Gerade ein Gesetz, das den Schulen Rechtssicherheit geben will, muss ja auch rechtssicher sein. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, will ich Ihnen gerne an zwei Beispielen kurz verdeutlichen. Etwa im Bereich der beruflichen Schulen stehen zwei Aussagen im Widerspruch. Einerseits wird der Abschluss dieses Jahr ohne Abschlussprüfung gewährt. Andererseits gibt es neue Regelungen für die Projektprüfung. Diese ist aber gerade Teil der Abschlussprüfung. Beispiel 2. Für die zweijährige höhere Berufsfachschule soll nach Art. 14 Folgendes geregelt werden. In das zweite Ausbildungsjahr wird nicht versetzt, wenn eine Zulassung zur Abschlussprüfung nicht mehr erreichbar ist. Diese Regelung, meine Damen und Herren, fehlt allerdings für die zweijährigen Berufsfachschulen in Art. 15. Auch hier sollte man sauber arbeiten. Aber, meine Damen und Herren, das sind nur zwei kleine Beispiele dafür, wie komplex und umfangreich die Entscheidungen sind, die der immerhin 53 Seiten umfassende Gesetzentwurf trifft. Ich betone daher noch einmal, es ist mit heißer Nadel gestrickt, und die Rechtssicherheit und die Rechtsklarheit, die wir brauchen, die alle brauchen, ist aktuell noch fraglich. Aber, meine Damen und Herren, ich habe noch sehr, sehr gut unseren Ministerpräsidenten Volker Bouffier im Ohr. Ich bin mit ihm einer Meinung, Hessen sollte besonnen bleiben, auch in der Krise. Gerade deshalb ist es gut, dass die Opposition darauf hingewiesen hat, besonnen zu bleiben und eine Anhörung durchzuführen. – Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. – Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN ist der Abg. Frank Diefenbach. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst einmal sagen, worum es bei dieser Debatte nicht geht. Es geht nicht um schulpolitische Kontroversen im eigentlichen Sinne des Wortes, und es geht nicht um inhaltliche bildungspolitische Debatten. Bevor ich an dieser Stelle weitermache, möchte ich, was mir eigentlich unangenehm ist, kurz auf die AfD eingehen. Wenn Sie hier behaupten, wir würden die Corona-Krise als »linksgrüne Bildungskommissare« nutzen, um die »notenfreie Einheitsschule« einführen zu wollen, dann ist das eine Unterstellung, dass wir diese Krise instrumentalisieren würden, sehr unwürdig. Ich frage mich wirklich, welchen schlechten Kabarettpreis Sie mit solchen Formulierungen erringen möchten. Wer soll so etwas glauben? Ich stelle fest, Sie sind sich für keinen Unsinn zu schade. Zu Ihrer Aussage, unsere Corona-bedingte Versetzungsregelung in diesem Schuljahr setze leistungsbereiten Schülern das falsche Signal. Dazu möchte ich nur sagen, Motivation, Leistungsbereitschaft und Lust am Lernen usw. wird durch ganz viele Faktoren bestimmt. Aber Ihre reine Notenfixierung ist letztlich ein Ausdruck von Angst, und zwar Angst, sich auf die Kreativität und den Ideenreichtum von Menschen insgesamt einzulassen. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD und DIE LINKE Das ist ein absoluter bildungspolitischer Offenbarungseid. Jetzt möchte ich einmal sagen, worum es geht. Es geht einfach nur darum, ein großes, wichtiges Gesetz und verschiedene Verordnungen an die Herausforderungen anzupassen, die uns die Corona-Krise jetzt bietet. Es geht um Anpassungen an die Schulorganisationen, und es geht um Anpassungen der Abläufe innerhalb des Schulwesens, innerhalb der gesamten Schulverfassung. Herr Degen, wenn redaktionelle Fehler passieren, und das ist einem so großen Unterfangen sicherlich durchaus möglich, dann muss das einfach korrigiert werden. Wenn solche Fehler der Opposition auffallen, dann kann sie das sagen, dann wird das ganz unaufgeregt gemacht und fertig. Wo ist das Problem dabei? Die Sache mit der heißen Nadel wird nicht dadurch besser, dass man im Ausschuss, den wir vor kurzer Zeit hatten, versucht, die dritte Lesung möglichst schnell zu bekommen bzw. das Ergebnis der schriftlichen Anhörung. Dadurch wird es sicherlich nicht besser. Wir haben es jetzt so weit nach hinten geschoben, wie es möglich ist, damit es überhaupt noch einen Sinn ergibt. Denn es macht keinen Sinn, ein Gesetz, das rückwirkend gelten muss, immer weiter in die Zukunft zu verschieben. Ein paar Beispiele zu den wichtigsten Änderungen. Die Belegverpflichtungen in der gymnasialen Oberstufe können jetzt angepasst werden, weil das Unterrichtsangebot nur eingeschränkt gewährleistet werden kann. Was ist daran das Problem? Das ist eine ganz normale Anpassung. Aus solchen Anpassungen besteht letztendlich das ganze Gesetz. Oder Leistungsnachweise können nur eingeschränkt erbracht werden. Weil Versetzung normalerweise auf einer Beurteilung von Leistungsnachweisen beruhen soll und weil es rechtssicher sein soll, und nur deshalb machen wir das mit dem Sitzenbleiben, dass wir sagen, das gibt es dieses Jahr eben nicht. Alle Schüler werden prinzipiell versetzt, aber die freiwillige Wiederholung ist natürlich möglich. Möglichkeiten von elektronischen Sitzungen werden geschaffen. Beispiel für Elternbeiräte, Prüfungsausschüsse und Schulkonferenz. Ich zitiere hier einmal eine typische Formulierung aus dem Vorschlag, der sich an vielen Stellen sinngemäß wiederholt, wenn es um verschiedene Konferenzarten geht. Die Schulkonferenz kann statt in Präsenzform auch in elektronischer Form stattfinden. Geheime Abstimmungen sind während einer elektronischen Schulkonferenz nicht zulässig. Stellt ein Fünftel der teilnehmenden stimmberechtigten Mitglieder in den Antrag, so ist die Abstimmung bis zur folgenden Schulkonferenz in Präsenzform zu vertagen. Das ist eine ganz einfache, sinnvolle Formulierung, weil sie gleichzeitig drei Dingen gerecht wird. Nämlich erstens der pragmatischen Lösung, die jetzt gefunden werden muss. Zweitens wird sie dem geheimen Wahlrecht und dem geheimen Stimmrecht in Sitzungen gerecht. Drittens wird sie natürlich der demokratischen Mehrheitsregel in solchen Sitzungen gerecht. Neben den wichtigen Regelungen für die Beschäftigten an den Schulen und die Schülerinnen und Schüler ist es eben auch für zukünftige Lehrerinnen und Lehrer wichtig, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, auch Lehrer zu werden unter den Umständen, die uns diese Krise diktiert. Wir haben deshalb sowohl bei der ersten Staatsprüfung den Verzicht auf die Praktikumsnachweise eingefügt als auch bei den Lehrerinnen im Vorbereitungsdienst darauf die Möglichkeit erweitert, dass jetzt eine theoretische Prüfung abgelegt werden kann, wenn dies gewünscht wird. Was ist daran falsch? Das ist eine richtige Alternative, die hier geboten wird. Zum Schluss muss man aber sagen, es gibt jetzt diese schriftliche Anhörung. Das ist natürlich auch gut so. Alle wichtigen Interessensgruppen können ihre berechtigten Anliegen einbringen. Ich freue mich auf gute Gespräche im Ausschuss. – Vielen Dank. Danke schön, Herr Kollege. – Ich darf für die Landesregierung Herrn Staatsminister Prof. Lotz das Wort erteilen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! – Ich weiß, wenn die Debatte jetzt normal zu Ende geht, dass ich der letzte Redner bin, der noch zwischen Ihnen und dem Sitzungsende steht. – Ja, gut, aber die letzte Rede könnte ja sein. Das ist Abstimmung und klar. Aber die letzte Rede, vielleicht die letzte Rede. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin mir daraus folgenden Verantwortung vollumfänglich bewusst. Wir hatten vorgestern in der ersten Lesung ausführlich Gelegenheit, den Gesetzentwurf vorzustellen. Wir haben uns dann im Kulturpolitischen Ausschuss, wofür ich mich ausdrücklich bedanke, auf ein ordentliches Verfahren verständigt, auf eine schriftliche Anhörung, auf ein Sonderplenum am 16. Juni, das nicht wegen des Schulgesetzes stattfindet, aber das wir dann auch nutzen wollen, wo wir noch einmal ausführlich Gelegenheit haben werden, den Gesetzentwurf in dritter Lesung zu debattieren. Ich glaube, da haben wir alle Gelegenheit, um auf die Einsleiten dieses Gesetzentwurfs noch einmal einzugehen. Daher will ich jetzt auch an dieser Stelle das Gesetz nicht noch einmal umfänglich begründen, sondern mich auf ein paar Anmerkungen zu Punkten beschränken, die die Vorredner vorgebracht haben. Aber da muss ich sagen, war dann doch der eine oder andere dabei, der mich ein wenig provoziert hat. Deswegen kann ich den hier auch nicht unkommentiert stehen lassen. Der Hauptpunkt ist natürlich die Sache mit dem sogenannten Hauruckverfahren. Meine Damen und Herren, wer das ernsthaft vorbringt, der hat die Lage nicht verstanden. Der hat die Lage nicht verstanden, in der wir uns befinden. Werfen Sie doch nur einmal einen Blick in die Zeitung oder in sonstige Medien. Verfolgen Sie doch einmal die Berichterstattung einfach einmal nur in den letzten drei Wochen zurück, als wir beispielsweise anfingen, über Schulöffnungen zu diskutieren. Schauen Sie sich doch einmal an, was nur heute, während dieses Haus getagt hat, an neuen Nachrichten aus anderen Bundesländern über den Ticker gelaufen ist, was die Schulpolitik anbetrifft. Wir befinden uns in einer hochdynamischen Lage, die durch die Pandemie erzwungen ist. Sie verlangt permanente Anpassungen. Deswegen ist auch an diesem Gesetzentwurf in der Tat im buchstäblichen Sinne bis zur letzten Minute gearbeitet worden. Ja, man muss auch noch ständig nacharbeiten im Zweifel, weil die Lage sich weiter verändert, weil sie auch weiter Anpassungen verlangt. Ja, natürlich zeigt dieser Gesetzentwurf deshalb auch Spuren der heißen Nadel. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, betrachte das in diesem Fall nicht als Vorwurf. Der Kollege Promny, der ja vom Fach ist, hat das auch ausdrücklich anerkannt. Ich bedanke mich auch ausdrücklich dafür. Denn diese Tatsache, dass hier bis zur letzten Minute daran gearbeitet werden musste, das liegt nicht daran, weil wir uns im Kultusministerium auf die faule Haut gelegt hätten oder zu spät damit angefangen hätten. Wir arbeiten an diesen Geschichten seit die Schulschließungen im Gange sind oder weil wir vielleicht hätten versuchen wollen, das Parlament jetzt mit einer schieren Fülle von Änderungsbefehlen zu überfallen. Glauben Sie mir, da kenne ich andere Sportarten, die ich an dieser Stelle lieber betreibe. Nein, ich muss mich auch zugunsten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die Unterstellung verwahren. Es würde hier im Kultusministerium schlampig gearbeitet oder irgendwie Dienst nach Vorschrift gemacht. Sie haben das im Kulturpolitischen Ausschuss gehört. Deswegen habe ich den Fachbeamten bewusst das Wort gegeben. Damit Sie einmal ein bisschen aus Ihrer täglichen Arbeit berichten. Das, was hier geregelt wird, diese Fülle von Änderungsvorschriften, da hätten wir uns normalerweise Monate Zeit dafür nehmen müssen, um das wirklich sauber, juristisch nach allen Seiten abgesichert und auch ohne redaktionelle Versehen usw. abzuarbeiten. Eigentlich hätte dieser Prozess auch erst abgeschlossen werden können, wenn man sozusagen eine finale Lage gehabt hätte. Das ist das, was wir Juristen am liebsten haben. Wir haben eine bestimmte Lage, die muss geregelt werden, und dann schreibt man dafür ein Gesetz. Aber das geht nicht unter den Bedingungen der Pandemie. Wir brauchen diese Änderungen für die Schulen. Wir brauchen diese Änderungen, damit der Schuljahreswechsel unter den Bedingungen der Pandemie ordentlich abgewickelt werden kann. Deswegen ist das unverzichtbar. Deswegen muss man an dieser Stelle auch gewisse Kompromisse eingehen, was das Verfahren angeht. Das tut den Juristinnen und Juristen in meinem Haus und mir selbst am meisten weh. Aber ab und zu müssen wir eben auch einmal unsere Verfahren an die Lage anpassen. Diese Situation der Corona-Pandemie ist eindeutig ein Fall dafür. Ich habe gesagt, wir brauchen diese Änderungen für die Schulen, und wir haben uns auch bewusst darauf beschränkt. Wir haben uns bewusst darauf beschränkt, dass wir sagen, das halten wir einfach für nötig, damit die Schulen an dieser Stelle arbeiten können. Deswegen haben z. B. auch diese Änderungen im Schulgesetz oder auch in den dazugehörigen schulrechtlichen Verordnungen nichts mit den Regelungen nach dem Infektionsschutzgesetz zu tun. Das ist eine völlig andere Debatte. Das ist auch eine völlig andere Regelungsmaterie. Deswegen ist die Diskussion, die Frau Kollegin Kula versucht hat, aufzumachen. Diese Frage etwa mit den Öffnungsterminen und wie macht man das beispielsweise mit Schulpflicht, Anwesenheit und Präsenzunterricht, hat an dieser Stelle in den schulgesetzlichen Regelungen nichts zu suchen. Frau Kula, deswegen tut mir leid, Ihr Beitrag war der beste Beweis für die Strategie, die wir vonseiten der Opposition eigentlich die ganze Plenardebatte dadurch erlebt haben, nämlich so zu tun, als gäbe es keine Pandemie mehr. Alles, was jetzt noch nicht wieder ganz normal läuft, ist die Schuld der Landesregierung. Das lassen wir uns an dieser Stelle auch nicht krallen. Deswegen stelle ich an dieser Stelle nur noch eine abschließende Frage. Wo ist denn eigentlich die Diskrepanz in der Sache? Ich habe noch immer keine gehört. Ich bin gespannt, ob in der dritten Lesung eine auftaucht. Ich glaube nämlich wirklich, wir haben hier lauter vernünftige Öffnungsklauseln, Ausnahmetatbestände, Flexibilisierungsklauseln hineingeschrieben. Wir haben nicht versucht, in irgendeiner Form bildungspolitische Weichenstellungen grundsätzlich zu verändern. Das habe ich bereits in der ersten Lesung ausgeführt. Es geht hier wirklich um Handhabbarkeit. Es geht um die Anpassung der Rechtslage an die Bedingungen der Pandemie. Wie gesagt, ich höre nach wie vor nichts, was wirklich in der Sache diesen Gesetzentwurf kritisiert. Ich bin dankbar für jeden Hinweis, wo man noch etwas besser machen kann. Die finden sich ganz bestimmt. Deswegen habe ich etwas zu dem Verfahren gesagt. Aber eine Diskussion über den Digitalpakt aufzumachen, die können wir gerne an anderer Stelle führen. Dazu bin ich jederzeit bereit. Aber auch das hat an dieser Stelle bei diesem Regelungspaket nichts zu suchen. Das zeigt eigentlich nur, dass Sie jetzt, weil Sie Ihre Aufregung, Ihre Empörung aus der ersten Lesung rechtfertigen müssen, nach irgendetwas suchen, wo Sie sagen, das fehlt an dieser Stelle. Auf der einen Seite ist es zu viel, was wir in diesem Gesetzentwurf hineingeschrieben haben. Auf der anderen Seite fehlen angeblich wichtige Dinge. Nein, meine Damen und Herren, das ist einfach ein Stück Handwerk, das auch sicherlich noch Verbesserungen vertragen kann, mit dem wir einfach die Arbeit in den Schulen operabel machen wollen, damit die Schulen mit den Bedingungen der Pandemie zurechtkommen. Aber damit will ich es für heute bewenden lassen. Ich freue mich auf die Anhörung. Ich freue mich auf unsere Ausschussdebatte. Ich freue mich auf die dritte Lesung. Wir werden noch genug Gelegenheit haben, das alles zu vertiefen. Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal nach den noch anstehenden Abstimmungen frohe Pfingsten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende zur Aussprache der zweiten Lesung. Ich darf dem Kollegen Günter Rudolph das Wort zu einer Meldung zur Geschäftsordnung geben. Bitte schön, Kollege Rudolph. Herr Präsident, die Bildungspolitiker im Eifer der Diskussion haben vergessen, die dritte Lesung zu beantragen. Die Gelegenheit wollen wir der Regierung nicht entgehen lassen. Ich beantrage Sie hiermit. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Das ist spannend. Der Minister hat es aufgenommen und es ist ein Abschlusswort. Die Abgeordneten hatten es nicht so. Ihr habt euch gut ergänzt. Es ist also eine dritte Lesung beantragt, ganz offiziell. Deswegen werden wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung in den KPA überweisen. Dann habe ich gehört, habt ihr an einem drückenden Tag, Freitag um 14 Uhr eine schöne Gelegenheit, euch weiter über diese interessanten Themen zu unterhalten.